Das heutige Thema ist Bau der Spirit-Klasse. Die Fähren Spirit of Free Enterprise, Pride of Free Enterprise und Herald of Free Enterprise. Die Werft Schichau Unterweser AG in Bremerhaven wurde von der European Ferries Limited mit einem vorgegebenen Grundentwurf und der zugehörigen Spezifikation beauftragt, einen in seinen äußeren und anderen vordergründigen Merkmalen von anderen Fährschiffen abweichenden Schiffstyp zu entwickeln. Gefordert war neben einem hohen Automatisierungsgrad eine Einsatzdauer von 20 Jahren, die aus jeweils 50 Wochen pro Jahr und 24 Stunden pro Tag bestehen sollte. Die Straße von Dover war seit jeher ein herausforderndes Seegebiet mit starken seitlichen Strömungen vor den Häfen von Dover und Calais, einem großen Tidenhub, sehr unterschiedlichen Wetterbedingungen und stark befahrenen Nord-Süd-Schifffahrtswegen. Die hier eingesetzten Fähren mussten zudem sehr robust konstruiert sein, um den widrigen Wetterbedingungen zu trotzen. In den 1970er Jahren wurden die meisten britischen Kurzstrecken von der Sea-Link-Flotte dominiert, die sich im Besitz der British Rail befand. Townsend-Torrison war ein aggressiver Konkurrent, dessen hauseigener Schiffsarchitekt James Ayers dem Fährenbau eine Menge neuer Ideen verlieh. Als Townsend-Torrison erfuhr, dass Sea-Link den Bau neuer Fähren mit zwei Fahrzeugdecks für die Strecke Dover-Calais plante, reagierte das Unternehmen sofort. Ayers wurde gebeten, drei schnellere und geräumigere Schiffe zu entwerfen, um die Sea-Link-Flotte zwischen Dover und Calais zu übertrumpfen. James Ayers präsentierte eine höchst originelle und fantasievolle Designlösung. Diese Fähren sahen so ganz anders aus als die bisherigen. Ayers legte Wert darauf, dass sich die Fähren von Townsend-Torrison in Form und Aufmachung so weit wie möglich von denen von Sea-Link unterschieden, was ihm auch gelang. Er scherte sich wenig um die traditionellen ästhetischen Konventionen der Schiffsarchitektur und meinte, eine moderne Fähre sollte nicht durch die Notwendigkeit eingeschränkt werden, sich an aus der Vergangenheit übernommenen Stilprinzipien zu halten. Drei Schiffe sollten entstehen. Das erste war die Spirit of Free Enterprise, die am 21. Juli 1979 in Bremerhaven vom Stapel lief. Für ihren Bau benötigte die Werft zwischen Vertragsunterzeichnung und Ablieferung weniger als zwölf Monate, was für Townsend-Torrison ausgesprochen großes Glück war. Denn immerhin lag man damit ganze neun Monate vor der ersten neuen Fähre von Sea-Link, die von der Werft Haarland & Wolf in Belfast gebaut wurde. In der Planungsphase dieser neuen Generation von Fähren fanden umfangreiche Modellversuche an der Schiffbautechnischen Versuchsanstalt in Wien statt. Verwendet wurde dafür ein Modell im Maßstab 1 zu 20. Um hohe Schiffsgeschwindigkeiten und gute Manövrierfähigkeit zu gewährleisten, ergaben sich bei diesen Versuchen eine Drei-Schrauben-Konzeption sowie ein Heckmittelruder. Neben zwei Bugstrahlrudern gab es im Vordersteven auch ein Bugruder in Kombination mit einem Verstellpropeller, der dieses Ruder anströmte. Während die beiden Propellerwellen der seitlichen Antriebsanlagen in A-förmigen Wellenböcken gelagert waren, befand sich die mittlere Propellerwelle in einem elastischen Stevenrohr. Später führte man erneut Versuche mit einem Modell durch, das im Maßstab 1 zu 15 gehalten war. Aufgrund der Verpflichtung bezüglich der geforderten Geschwindigkeit, die bei 23 Knoten lag, wurden umfangreiche Widerstands- und Propulsionsversuche, Farbanstrichversuche, dreidimensionale Nachstrommessungen sowie Druckimpulsmessungen und Kavitationsuntersuchungen mit im gleichen Maßstab entsprechend der Konstruktion der Großausführung hergestellten Modellpropellern durchgeführt. Townsend-Torresen machte darüber hinaus zur Bedingung die Erzielung einer Tragfähigkeit von 2000 Tonnen für das Schiff im Zwei-Abteilungsstatus, die Einhaltung der Vorschriften der Klassifikationsgesellschaft LR, die Einhaltung der Vorschriften für Schiffe unter britischer Flagge, herausgegeben durch die zuständige Schiffssicherheitsbehörde DTI, die Berücksichtigung des internationalen Übereinkommens zum Schutz menschlichen Lebens auf See, SOLAS 1974. Die Hauptparameter dieser neuen Fährschiff-Generation waren Länge über alles 131,96 Meter, größte Breite 23,20 Meter, maximaler Tiefgang im Ein-Abteilungsstandard 5,70 Meter, Passagiere 1325 Personen, Vermessung 7950 Bruttoregistertannen. Zur Einhaltung der vertraglich geforderten Tragfähigkeit musste Gewicht eingespart werden. Dafür wurde eine sehr detaillierte Schwingungsanalyse durch Erstellung und Benutzung eines weiteren Modells durchgeführt. Der Aufwand war immens, allerdings bestätigte sich später bei Schwingungsmessungen auf den Probefahrten die Notwendigkeit dessen. Weitere Schwingungstests wurden noch in der Bauphase durchgeführt, indem man einen Exzenter als Schwingungserreger nutzte. Die Schiffe hatten einschließlich Doppelbooten mit ihren Haupt- und Zwischendecks insgesamt neun Decks. Zwei Ladedecks standen zur Verfügung. Das untere Wagendeck war zur Aufnahme von rollender Ladung in Form von PKW, Bussen und LKW bzw. Trailern für 20 Tonnen Achslast ausgelegt. Die Achslast auf dem darüber liegenden Wagendeck lag bei 15 Tonnen. Durch in den Häfen bestehende Auffahrrampen konnten beide Ladedecks gleichzeitig be- oder entladen werden. Den vorderen und achteren wasserdichten Abschluss des unteren Laderaumes bildeten hierfür speziell von der Firma Cargo Speed entwickelte und gelieferte Bug- und Hecktore. Es musste gewährleistet sein, dass diese Tore in ihrer geöffneten Stellung nicht über die an Heck und Bug befindlichen Fender-Plattformen hinausragten. Im oberen Wagendeck waren an beiden Seiten je ein sechsteiliges Hängedeck angeordnet, auf denen in je zwei Spuren PKW gestaut werden konnten. Die Gesamtkapazität sämtlicher Ladungsdecks beinhaltete Platz für entweder ca. 350 PKW oder alternativ für 200 PKW, 10 Busse und 30 LKW mit einer Länge von 12 Metern. Im unteren Wagendeck installierte man für den Transport von Ersatzteilen und Versorgungsgütern zu den jeweiligen Lagerräumen, die sich unter dem Deck befanden, je einen an Backbord und an Steuerbord angeordneten hydraulisch betätigten Lift mit einer Tragkraft von je 2000 Kilo. Die Lifte waren so konstruiert, dass die Liftplattformen bis in die Höhe der LKW-Ladefläche über das untere Wagendeck hinausfahren konnten. Die Öffnungen für die Lifte im Wagendeck ließen sich durch hydraulisch betätigte Deckel wasserdicht verschließen. Die weitere Verteilung der Güter und Waren zu den jeweiligen Verbrauchsorten geschah durch drei Fahrstühle. Einer dieser Lifte befand sich an Steuerbord im achteren Store-Raumbereich bis hinauf zum Barsalon auf dem B-Deck. Ein zweiter führte an Backbord aus dem Store-Raumbereich ebenfalls bis hinauf zum B-Deck in die dort angeordnete Küche. Der dritte Lift war an der Steuerbordseite, führte vom G-Deck bis zum B-Deck und diente im Wesentlichen als Passagierlift. Der aus Stahl gefertigte Schiffsrumpf war wegen der erforderlichen Lecksicherheit und Leckstabilität unterhalb des Hauptdecks in 14 wasserdichte Abteilungen unterteilt. Im Bereich des Doppelbodens und in der Außenhaut wurde die Querspandenbauweise angewandt, während die Wagendecks in Längsspandenbauweise gebaut wurden. Die Werft musste genau darauf achten, die einzelnen Bauteile so zu dimensionieren, dass die sich aus den Klassifikationsvorschriften ergebenden Spannungen nicht überschritten wurden. Der Aufbau einschließlich der Schornsteine war vollkommen aus Stahl gefertigt. Lediglich die Masten wurden zur Vermeidung unerwünschter Toplast aus Aluminium hergestellt. Im Bereich des Magnetkompasses wurde antimagnetischer Stahl genutzt. Die Hauptantriebsanlage bestand aus drei mit Schweröl betriebenen Dieselmotoren von Sulzer mit einer Leistung von je 8.000 PS bei 530 Umdrehungen pro Minute. Jeder Motor arbeitete über eine Vulkanschaltkupplung und über ein Getriebe von Tacke auf eine Camewa-Verstellpropelleranlage. Wie bereits erwähnt, gab es bei diesen Schiffen die für Fähren eher seltene Anordnung von drei Heckpropellern. Außen- und Mittelpropeller hatten einen Flügeldurchmesser von 3,30 Meter. Je vier Flügel hatten eine besonders kavitations- und druckimpulsarme Flügelform. Die Außenpropeller drehten mit einer Konstanzdrehzahl von ca. 225 Umdrehungen pro Minute. Der Mittelpropeller mit einer kombinierten Steigungsdrehzahlregelung im Drehzahlbereich zwischen 160 und 225 Umdrehungen pro Minute. Wenn ausschließlich die Außenpropelleranlagen genutzt wurden, konnte man die Anlage in der Mitte in eine widerstandsarme Segelstellung bringen. Auch die Bugpropelleranlage war derart ausgestattet. Die Getriebe der äußeren Propeller trieben je einen Wellengenerator an. Grundsätzlich bestand zwar die Möglichkeit, mit beiden Wellengeneratoren gleichzeitig das Bordnetz zu speisen, jedoch dienten die Wellengeneratoren vornehmlich dem Antrieb der Bugquerstrahler und des Bugpropellers. Die Energie für das Bordnetz wurde von Dieselgeneratoraggregaten mit Motoren von Allen erzeugt. Das Schmieröl wurde über je einen Alpha-Laval-Separator pro Motor aufbereitet, das Schweröl und das Dieselöl über jeweils zwei Separatoren, wovon aber je einer in Stand-by-Schaltung stand. Die Erhitzung der verschiedenen Öle erfolgte über Plattenerhitzer. Die Wärme für die Beheizung der Bunkersets und Tagestanks, für die Klimaanlage und sonstige Wärmekreisläufe kam von zwei Warmwasserheizungskesseln. Auch hiervon war einer stets in einer Stand-by-Funktion. Darüber hinaus wurde für die Beheizung die Abfuhrwärme des Hochtemperatur-Kühlwasserkreislaufes der Hauptmotoren genutzt. Das System war so konstruiert, dass im Falle eines Blackouts automatisch ein vorgewählter Dieselgenerator gestartet und auf das Netz geschaltet wurde. Unabhängig davon startete der Notgenerator, der sofort die Notschiene mit Energie versorgte. Die Maschinenüberwachungsanlage stammte von Siemens und entsprach dem Typ CMOS 31R. Sie hatte 350 Messstellen, deren einzelne Alarme auf einem Bildschirm sichtbar gemacht wurden. Siemens lieferte auch die Sprechanlagen, die Rundfunk- und Fernsehanlagen sowie die Feuermeldeanlagen mit 32 Schleifen. Verantwortlich für den Einbau des Kabel- und Leitungsnetzes, das eine Gesamtlänge von ca. 230 Kilometern hatte, war die Montageabteilung der Zweigniederlassung Bremen. Für die Passagiere standen die Decks B, C und H zur Verfügung, wobei auf dem letzteren 26 Doppelkabinen für LKW-Fahrer mit dazugehörigen sanitären Einrichtungen bereitstanden. Die Fahrgäste fanden auf dem C-Deck zwei hintereinander liegende Salons mit einer Getränkebar vor. Im vorderen Bereich befand sich eine Cafeteria. Abgerundet wurde das Angebot auf diesem Deck durch einen Selbstbedienungsladen für zollfreie Waren, einen Parfüm- und Geschenkartikelladen im hinteren Bereich an der Steuerbordseite, eine Geldwechselstube und eine Vielzahl überdachter Außendecksplätze achtern. Das darüber liegende B-Deck bot eine Reihe weiterer Außendecksplätze. Dazu kam ein weiterer Barsalon, ein Cafeteria-Speisesalon sowie eine Cafeteria für Selbstbedienung. Ein Speisesalon für Speisen à la carte mit Kellnerbedienung war ebenfalls auf diesem Deck vorhanden. Der Zugang zu den Passagierdecks für Fußpassagiere erfolgte in Dover über den hinteren Bereich des C-Decks. Über an den Seiten angeordnete Treppenhäuser konnten die Passagiere von dort auf die darüber bzw. darunter liegenden Decks gelangen. In Calais dagegen konnte man über seitlich angeordnete Zugänge an Bord kommen. Der ca. 75-köpfigen Besatzung standen 13 Doppelkabinen und eine Einzelkabine für die Mannschaftsgrade zur Verfügung. Die Unteroffiziere hatten fünf Einzelkabinen an Backbord- und Steuerbordseite auf dem F-Deck. Acht weitere Mannschafts-Doppelkammern waren dem B-Deck an Steuerbordseite vorn angeordnet. Die Mannschaftsmesse mit Aufenthaltsraum wie auch die Unteroffiziersmesse und die Offiziersmesse mit zugehörigen Aufenthaltsräumen lagen im vorderen Teil dieses Decks. Weitere 25 Einzelkabinen fanden sich auf dem A-Deck, wo sämtliche Offiziere einschließlich des Kapitäns untergebracht waren. Sehr innovativ für jene Zeit waren die Rettungssysteme. 34 Rettungsinseln für je 25 Personen befanden sich zunächst an Bord, wurden jedoch vor Ablieferung des dritten Schiffes gegen einen von der Firma RFD neu entwickelten Rettungssystems, bestehend aus je acht Rettungsinseln für je 42 Personen und einer aufblasbaren Rutsche mit Landungsplattform an jeder Seite ausgetauscht. Darüber hinaus gab es zwei Emergency Motorrettungsboote für je 56 Personen, zwei Rettungsboote für je 61 Personen und vier Rettungsboote für je 99 Personen. Auf der Brücke ließ sich eine zeitgemäße moderne Ausrüstung finden. Neben einer Funk-, Sende- und Empfangsanlage waren ein Wachempfänger sowie zwei UKW-Geräte eingebaut. Zur nautischen Ausrüstung gehörten ein Funkpeiler, eine Selbststeueranlage von Dekka, zwei Radaranlagen von Dekka, ein Kreiselkompass von Microtechnica, ein Lok von Simrad und ein Echolot von Furuno. Zur Dämpfung der Rollschwingung besaßen die Schiffe einziehbare Flossen der Firma Sperry, die an beiden Seiten des Hauptmaschinenraumes angeordnet waren und von der Brücke aus bedient wurden. Bemerkenswert waren die Manövriereinrichtungen. Verfügten die meisten Fähren jener Zeit, wie übrigens auch heute noch, über zwei Heckruder, besaßen die Schiffe dieser Serie lediglich ein Mittelheckruder. Dieses sollte insbesondere beim Aufstoppen aus voller Fahrt mit auf rückwärts arbeitenden Seitenpropellern eine gute Kursstabilität gewährleisten, indem der Mittelpropeller, wenn auch reduziert, weiterhin auf voraus arbeitete und damit dem Ruder weiterhin eine Manövrierwirkung verlieh. Als zusätzliche Sicherheit im Falle eines Stromausfalls stand neben der von AEG gelieferten Doppelkolben-Rudermaschine zusätzlich ein Stickstoffhydraulik-Akkumulator bereit, der für die Zeit bis zum Anlauf des Notgenerators die Kraftversorgung der Rudermaschine übernahm. Übrigens ließen sich die Schiffe aus voller Fahrt auf nur drei Schiffslängen aufstoppen. Angesichts dieser vielen sicherheitsrelevanten Konzeptionen ist es geradezu eine Ironie der Geschichte, dass eines der drei Schiffe, die Herald of Free Enterprise, am 6. März 1987 vor Seebrügge kenterte und als eines der schwersten Unglücke in die Geschichte der Fährschifffahrt einging. Unter anderem deshalb, weil auf der Brücke Anzeigen über den Öffnungszustand der Außenhautöffnungen fehlten. Bei Rückwärtsfahrt, insbesondere bei der Ausfahrt aus dem Hafen von Calais, gewährleisteten neben dem AEG Bugruder zwei Bugquerstrahler des Typs Tornado der Firma Ohrenstein und Koppel optimale Manövrierfähigkeit. Die Querstrahler lieferten einen Schub von zweimal acht Tonnen. Die Spirit of Free Enterprise wurde am 11. Januar 1980 an Townsend-Torresen abgeliefert. Es folgte die Herald of Free Enterprise. Sie war am 12. Dezember 1979 vom Stapel in die Geste in Bremerhaven gelaufen und konnte sogar zwei Tage vor dem vertraglich vereinbarten Liefertermin, dem 31. Mai 1980, von ihrem Auftraggeber übernommen werden. Als letztes Schiff wurde die am 31. Mai 1980 vom Stapel gelaufene Pride of Free Enterprise am 31. Oktober 1980 an Townsend-Torresen übergeben. Das Anschweißen der Buchstaben des Schiffsnamens wurde auf der Schichau Unterweserwerft traditionell von älteren Mitarbeitern vorgenommen, so auch bei den drei Schiffen der Spirit-Klasse. Der Bruder des Großvaters des Autors dieses Podcasts verschweißte beispielsweise die Buchstaben am Rumpf der Herald of Free Enterprise. Aus heutiger Sicht ist sicherlich nicht nur der schnelle Bau der Schiffe erstaunlich. Wo gibt es im Rahmen solch komplexer Projekte noch Ablieferungen vor vertraglich festgelegten Lieferungsdaten? Auch die Querstapelläufe in Bremerhaven waren mehr als bemerkenswert, denn die Werft lag an dem recht kleinen Fluss namens Gieste. Dieser Fluss war nicht nur sehr schmal, er meanderte auch stark. Alle Fähren wurden später rückwärts mit Schleppern durch die zahlreichen Kurven des Flusses zur Weser gebracht, quer durch die Stadt Bremerhaven. Ein geradezu unglaubliches Spektakel. Dort erfolgte dann die Endausrüstung in einem Dock, wozu unter anderem der Unterwasseranstrich und die Montage der Propeller gehörten. Übrigens machte die Pride of Free Enterprise vor ihrer Ablieferung noch eine Weserkreuzfahrt. Da man gut vor dem Zeitplan lag, lud man alle Werftarbeiter und deren Familien an Bord ein und fuhr nach Bremen und zurück. Am Montag des 10. November 1980 fand schließlich die offizielle Übergabezeremonie statt und einen Tag später erreichte die Fähre den Hafen von Dover. Am 16. November besuchte das Schiff im Rahmen der Marketingaktivitäten vier Tage lang London. Es durchfuhr die Tower Bridge und verteute gleich dahinter am Museumsschiff HMS Belfast. Am 23. November 1980 fand die erste kommerzielle Reise zwischen Dover und Calais statt. Um einen noch höheren Aufmerksamkeitsgrad in der Öffentlichkeit zu erzielen, dachte sich die PR-Abteilung der Reederei das blaue Band für die schnellste Querung des Ärmelkanals durch eine Autofähre aus. Als erstes markierte die Spirit of Free Enterprise einen Rekord, als sie nur 53 Minuten und 49 Sekunden zwischen beiden Häfen brauchte. Später brach die Herald of Free Enterprise diesen Rekord und brachte es auf 52 Minuten und 53 Sekunden. Schließlich gelang es der Pride of Free Enterprise am 9. Februar 1982 in 52 Minuten und 49 Sekunden, also vier Sekunden schneller als ihre Schwester, von Dover nach Calais zu fahren. Dies entsprach einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 24,78 Knoten und führte zu einem Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Möchte man heute beispielsweise mit Irish Ferries von Dover nach Calais fahren, so benötigt man dafür 90 Minuten. Nur fünf Jahre nach der Ablieferung des letzten Schiffes dieses Trios, noch vor dem tragischen Unglück der Herald of Free Enterprise, bestellte die Reederei erneut zwei innovative Fähren bei Schichau-Unterweser in Bremerhaven. Doch das ist interessanter Stoff für eine andere Ausgabe in dieser Reihe. Das war der JustFairies-Podcast über die Entwicklung und den Bau der Spirit-Klasse für Townsend-Torresen. Möchten Sie mehr über Fährschiffe erfahren, so besuchen Sie doch justferries.de. Möchten Sie mehr über Fährschiffe